Mein Name ist Atrina Karawoussi, ich bin im zweiten Lehrjahr und arbeite im Park High in Zürich. Verliert bin ich seit meiner Kindheit ins Meer, weil ich auf einer griechischen Insel aufgewachsen bin. Es war immer das schönste Gefühl, in der Nähe von mir zu sein. In meiner Freizeit bin ich meistens im Kochen oder im Basteln, weil ich mich sehr gerne mit kreativen Arbeiten beschäftige. Im Hintergrund ist es meistens Technomusik. Mein Kochvorbild ist der Asmus Mung vom Regener Alchemist aus Kopenhagen. Es fasziniert mich, wenn er Kunst und Wissenschaft mit dem Fach in Verbindung bringt. Ohne meine kleinen Winkelpalette geht gar nichts. Es ist ein perfekter Werkzeug zum Anrichten, Abschmücken und alles, was mir in der Küche so braucht. Spätabends ist sie oft Feta mit Brot und Olivenöl, weil das ist die perfekte Kombination und es erinnert mich immer an meine Herkunft. Spätabends ist sie oft, bis zum Angua und Olivenöl zum Einhorni und Schmalk. Spätabends ist sie oft, bis zum nächsten Mal. Spätabends ist sie oft, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020